Willkommen zum nächsten und hier letzten Video in dieser kleinen lombäischen Reihe zu Paragrafenketten, nämlich zu den latenten Steuern, die sich hier bilden, wenn sich latente Steuern bilden. Das müssen wir ja erst untersuchen, ob sich latente Steuern bilden. Also, wir haben unterschiedliche Jahresüberschüsse, die zu einer Überleitungsrechnung führen, wie man hier gerade noch sieht, und die aber zu latenten Steuern führen könnten. So, jetzt ist die Frage. 274 Absatz 1 HGB. Ist es Absatz 1 Satz 1 HGB, passive latente Steuern, oder ist es Paragrafen 274 Absatz 1 Satz 2 HGB, aktive latente Steuern, und sind es überhaupt latente Steuern? Also, Fakt ist, wir müssen gucken, ob eine und welche Differenz vorliegt. Richtig ist doch, diese handelsrechtliche, außerplanmäßige Abschreibung von 34.450 hatte den handelsrechtlichen Jahresüberschuss gesenkt um 34.450. Teilwertabschreibungsmäßig, Jahresüberschuss steuerrechtlich, technisch, passiert nichts. So, und dieser Unterschied, dass der Jahresüberschuss nach Handelsrecht kleiner ist, dass der Jahresüberschuss nach Handelsrecht kleiner ist, der Unterschied wird sich umkehren. Der wird sich im Laufe der Zeit umkehren über die Nutzungsdauer, über die Restnutzungsdauer, denn am Ende, am Ende werden die 530.000 komplett abgeschrieben sein. Tutu Komplett. Das ist ja der Sinn. Und also handelt es sich um eine temporäre Differenz, um eine vorübergehende Differenz. Ohne Hinzutun des Bilanzierenden kommt es zu einem vollständigen Ausgleich, zu einer vollständigen Umkehr der Differenz des Unterschiedsbetrags. Und deswegen liegt vor, eine temporäre Differenz. Und das musst du klären. Das musst du klären. Bei einer permanenten Differenz wäre es verboten, eine latente Steuern zu bilden. Passive latente Steuern, aktive latente Steuern, beides No, bei einer permanenten Differenz. So, jetzt ist die Frage. Aktive oder passive latente Steuern? Lombärsche Bauernregel. Jahresüberschuss nach Handelsrecht um 34.450 Euro kleiner als der Jahresüberschuss nach Steuerrecht. Und jetzt stell dir das mal vor. Und mit Handelsrecht fängst du immer an. Jahresüberschuss nach Handelsrecht kleiner als der Jahresüberschuss nach Steuerrecht. Und dieses kleine Zeichen, wohin zeigt es? Es zeigt nach links. Das kleine Zeichen zeigt nach links. Es zeigt auf die Aktivseite. Ja, und deshalb aktive latente Steuern. Bam. Das hat der Prüfer jetzt auch gehört. Also, sag nicht, dass du das von mir hast. Völlig unwissenschaftlich, völlig daneben. Es ist aber richtig. Es genügt keinen wissenschaftlichen Ansprüchen, diese Lombärsche Bauernregel an dieser Stelle. Sie ist aber richtig. Deshalb, 274 Absatz 1 Satz 2 HGB, aktive latente Steuern. Ansonsten die richtige Begründung ist natürlich das, was in Absatz 1 Satz 2 HGB dann steht. So, und jetzt ist die Frage, aktive latente Steuern, Aktivierungswahlrecht. Und dieses Wahlrecht nutzen wir aus. Dieses Aktivierungswahlrecht nutzen wir aus, weil wir nochmal gehen in die Spielregel und dort steht, wir sollen uns handelsrechtlich möglichst reich rechnen. Genau, handelsrechtlich möglichst reich soll man sich rechnen. Steuerrechtlich möglichst arm, aber handelsrechtlich möglichst reich. Und also werden wir sie aktivieren. Und jetzt ist die Frage, in welcher Höhe? Steuersatz mal den Unterschiedsbetrag zwischen den Jahresüberschussbeträgen. Also 0,32, 0,32 mal 34.450, genau. 0,32 mal 34.450 ist der Unterschiedsbetrag, ja, also 34.450 ist der Unterschiedsbetrag zwischen den beiden Jahresüberschüssen. Denn das eine, handelsrechtlich außerplanmäßige Abschreibungen hier verpflichtend vorzunehmen, steuerrechtlich Teilwertabschreibungen verboten. Ergo ist das der Unterschiedsbetrag in den Jahresüberschüssen. Und der wird mit dem Grenzsteuersatz multipliziert mit 0,32. Also haben wir eine aktive latente Steuer in Höhe von 11.024 Euro, die wir, die der Bilanzierende aktivieren darf, aber du aktivieren musst, weil es der Prüfer so sagt. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Ich hoffe, diese kleine Reihe hat dir gefallen. Lass gerne einen Kommentar unten unter diesem Video. Und auch wenn es dir nicht gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen. Dann würde ich nämlich weitere Paragrafenketten dann hier auch reintun. Ansonsten gibt es die Paragrafenketten natürlich in meinem Online-Kurs zu Buchführung nach Handelsrecht, nach Steuerrecht und auch in den steuerlichen Kursen. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.